In den ersten drei Monaten des Jahres 2009 kamen in Russland 394.300 Kinder zur Welt. Etwa 3000 von ihnen sind unmittelbar nach der Geburt gestorben. Einer von 200 Neugeborenen hat einen Herzfehler. Bei einem von 1000 stellen die Ärzte eine ausgeprägte Mutationsveränderung fest. Mutationsveränderungen Schauen Sie, in den 1980er Jahren hatten etwa 20% der Neugeborenen Kinder die einen oder anderen gesundheitlichen Probleme. Heute haben bereits 60% aller neugeborenen Kinder gesundheitliche Beeinträchtigungen. Und viele davon weisen ernsthafte pathologische Probleme auf. Die erste Reaktion der Eltern sieht meistens so aus. Ich und mein Mann, wir beide sind völlig gesund. Und unsere Eltern und Großeltern sind ebenfalls gesund. Also warum wurde unser Kind denn nun krank geboren? Ärzte machen weitgehend den Alkoholkonsum der Eltern für die Gesundheitsprobleme von Kindern verantwortlich. Die Folgen selbst bei seltenem Alkoholkonsum sind unberechenbar. Ärzte und Eltern erfahren davon erst nach der Geburt. Die Schwangerschaft kann absolut normal verlaufen. Die Geburt findet ebenfalls pünktlich statt. Und dann gibt es die schreckliche Überraschung. Das Familiendrama nimmt ihren Lauf. Ende des 19. Jahrhunderts hat der deutsche Arzt Johannes Block Volksfeste mit Alkoholkonsum als eine der Hauptursachen für die Geburt kranker Kinder identifiziert. Er hatte sich dabei auf statistische Fakten gestützt. Etwa zur gleichen Zeit analysierte ein italienischer Arzt Bezolle die Volkszählungsdaten für das Jahr 1900 in der Schweiz und stellte fest, dass 9000 geistig behinderte Kinder hauptsächlich während zweier kurzer Zeiträume gezeugt wurden, während der Weinlese und der Fastnacht. Bei Volksfesten werden die meisten Kinder unter Einfluss von Alkohol gezeugt. Es spielt keine Rolle, ob die Eltern viel oder nur wenig Alkohol konsumiert haben. Sowohl der Mann als auch die Frau müssen wissen, dass besonders in so einem Fall ein krankes oder lebensunfähiges Kind zur Welt kommen kann. Es kann eine Fehlbildung des Gehirns oder des Rückenmarks haben. Das Kind kann blind, taub oder mit einem Herzfehler zur Welt kommen. Es kann alles Mögliche haben. Es kann sogar eine extrem starke Mutation aufweisen, so dass es überhaupt nicht wie ein Mensch aussehen wird. Das alles kann die Folge davon sein, wenn das Kind unter Alkoholeinfluss gezeugt wird oder wenn die Mutter während der Schwangerschaft so ganz kulturvoll ab und zu Alkohol konsumiert. Die Befruchtung ist ein komplexer und sensibler Prozess, der sich auf zellulärer Ebene abspielt, wo zwei Zellen aufeinandertreffen, eine männliche und eine weibliche. Jede dieser Zellen trägt eine bestimmte genetische Information in sich. Diese Zellen verschmelzen miteinander und es entsteht neues Leben. Wenn die Geschlechtszellen im entscheidenden Moment, dem Moment der Empfängnis, durch Alkohol beeinflusst werden, dann werden sich die Auswirkungen dieser genetischen Schädigung auf alle nachfolgenden Zellteilungen auswirken. Der Schaden wird sich exponentiell ausweiten. In einfacher Sprache ausgedrückt ist Alkohol ein Zellgift, und zwar ein sehr gefährliches Zellgift, welches dem Einfluss einer radioaktiven Bestrahlung gleichkommt. Alkohol ruft in den Körperzellen alle möglichen Mutationen hervor. Es dringt in alle Organe ein. Alkohol Alkohol selbst in geringen Dosen schädigt die Zellmembran und greift das Innere der Zelle an. Alkohol 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 Ein kleines Mädchen kommt mit einer bestimmten Anzahl an Eizellen auf die Welt, von denen jeweils eine Zelle einmal im Monat zur Empfängnis genutzt werden kann. Und man kann im Voraus nicht wissen, welche Zelle befruchtet wird, eine gesunde oder eine geschädigte. Der Alkohol macht die Zeugung eines Kindes zu einem erbarmungslosen Glücksspiel mit schlechten Chancen. Je öfter und intensiver Alkohol konsumiert wird, desto stärker werden die reproduktiven Organe der Frau geschädigt. Das ist eine wissenschaftliche, statistisch erwiesene Tatsache und es wäre kriminell, diese Tatsache zu bestreiten. Alkohol Alkoholkonsum in den jungen Jahren führt zu einem Mangel an Hormonen, die eine junge Frau wiederum für eine Empfängnis und für eine gut verlaufende Schwangerschaft benötigt. Ich wollte so gerne Kinder haben, aber meine Fortpflanzungsorgane haben im entscheidenden Moment gestreikt. Ich habe bei vielen Ärzten vorgesprochen, aber sie wussten nicht, woran es liegen könnte, denn ich sah ja nicht wie eine Alkoholikerin aus, habe nur wenig Alkohol getrunken. Im alten Indien war es zu jeder Zeit, allen Frauen strengstens untersagt, Alkohol zu trinken. Diejenigen, die es wagten, dieses Tabu zu brechen, wurden auf der Stirn gebranntmarkt mit einem glühenden Eisen in Form einer Flasche. Das war ein besonderes Warnsignal für die Männer. Achtung, wer diese Frau heiratet, gefährdet seine Nachkommen. Für die männlichen Fortpflanzungsorgane ist der Alkohol sogar noch schädlicher als für die weiblichen. Alkohol zerstört die Spermatogenese bei Männern. Er tötet einfach das Fortpflanzungssystem ab. Das ist das Heimtückische bei dieser Droge. Das Wissenschaftliche Zentrum für Geburtshilfe, Gynäkologie und Perinatologie der Russischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften verglich Spermaproben eines nicht trinkenden Mannes mit denen eines mäßigen Trinkers. So sieht das Sperma von jemandem aus, der überhaupt kein Alkohol trinkt. Man sieht viele aktive und gesunde Zellen. Und so sieht der Samen eines wenig Alkohol trinkenden Mannes. Die Spermien sind unregelmäßig geformt, bewegen sich langsam, ein Teil der Spermien hat sich zu Klumpen zusammengehortet. Und es gibt sehr viele tote Spermien. Der Prozess der Spermienbildung wird verändert. Solche Männer leiden sehr oft unter Unfruchtbarkeit. Alle Versuche, gemeinsam mit der Partnerin ein Kind zu zeugen, sind vergeblich. Das Gleiche kann man auch in Bezug auf den weiblichen Körper sagen. Dort wirkt der Alkohol ähnlich. In der Schule und sogar manchmal in den Massenmedien wird uns erzählt, dass der Alkohol die inneren Organe schädigt. Aber dass der Alkohol ernsthaft die Fortpflanzungsorgane schädigt, das wird uns nicht erzählt. In den jungen Jahren machen sich viele Jugendlichen keine Gedanken über ihre eigene Gesundheit. Aber kaum einer von ihnen würde wollen, später ein behindertes Kind zur Welt zu bringen oder komplett unfruchtbar zu werden und so seinem Familienstamm ein Ende zu setzen. Viele Menschen empfinden die Diskussion über Alkohol als einen Angriff auf ihre Freiheit und werden somit aggressiv. In Wirklichkeit wurden sie alle durch die Alkoholpropaganda der Massenmedien manipuliert. Wir haben fast 10 Millionen unfruchtbare Familien. Nach inoffiziellen Angaben sind das sogar 15 Millionen. In den meisten Fällen ist die Hauptursache dafür der Konsum von Alkohol. Das ist eine Lüge, dass wir die demografische Krise überwunden haben. Wir sind mittendrin in dieser Krise und sie wird jeden Tag nur noch schlimmer. Der Konsum von Alkohol, auch in kleinen Dosen, hinterlässt im Körper schlimme Folgen. Der menschliche Körper ist ein sehr empfindliches und fein abgestimmtes System, welches nicht dazu bestimmt ist, gefährliche Zellgifte wie Alkohol zu verarbeiten. Ich möchte insbesondere an junge Frauen appellieren, die sich im gebärfähigen Alter befinden und die unbedingt noch Kinder haben wollen. Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie heute Alkohol trinken, dann werden Sie morgen kranke oder behinderte Kinder zur Welt bringen. Es gibt Menschen, die sagen, ein Glas Rotwein kann doch nicht schaden. Andere wiederum sagen, nein, nein, Rotwein ist während der Schwangerschaft schlecht, weil es Weinsalze enthält. Aber Cognac, das kann man ruhig trinken. Wenn man solche naiven Binsenweisheiten hört, die entweder auf Hörensagen beruhen oder auf Alkoholpropaganda aus den Massenmedien, dann wird man regelrecht traurig. Einer schwangeren Frau sind bereits einige Schluck Alkohol ausreichend, damit ein krankes Kind zur Welt kommen kann. Was es sein wird? Fehlerhafte Schädelknochen, Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, Rückenmarkschaden, eine fehlende Niere, Schwachsinnigkeit oder das Kind kann komplett blind zur Welt kommen. Praktisch alle Organe im Körper können betroffen sein. Wie stark und wie offensichtlich die Schäden sein werden, das hängt davon ab, in welchem Entwicklungsstadium der Fötus durch Alkohol vergiftet wurde. Je früher, desto größer werden die Schäden sein. Denn besonders die ersten Tage der Schwangerschaft sind sehr kritisch und entscheidend für die weitere Entwicklung des Kindes im Mutterleib. In den ersten drei Schwangerschaftswochen werden die Grundlagen für das Gehirn und das Rückenmark gelegt. Es bedarf einer bestimmten Anzahl an gesunden Zellen, um die Grundlage für das Gehirn zu legen. Der Alkohol zerstört diese Grundlage und das Gehirn wird geschädigt. Die möglichen Folgen sind Mikrocephalie. Das Gehirn eines Neugeborenen mit dieser Diagnose ist um ein Vielfaches kleiner als das eines gesunden Kindes. Es kann sogar sein, dass das Gehirn eines solchen Fötus nicht einmal die Größe des Gehirns einer Schildkröte hat. Das sind alles lebensunfähige Föten. In der Medizin ist es allgemein bekannt, dass alle toxischen Einwirkungen in der Schwangerschaft besonders das Gehirn des Kindes schädigen. Und Alkohol ist ein sehr starkes Zellgift. Kinder, die im Mutterleib regelmäßig durch Alkohol vergiftet werden, werden in der Regel mit den unterschiedlichsten Krankheitssyndromen geboren. Das häufigste Syndrom ist geistige Zurückgebliebenheit. Es sind klinische Idioten. Wenn wir das alles berücksichtigen, dann werden wir sofort verstehen, dass alle Überlegungen darüber, ob eine schwangere Frau Alkohol trinken darf oder nicht, überhaupt keine Diskussion bedürfen. Der Konsum von Alkohol für eine schwangere Frau ist ein absolutes Tabu, wenn sie ein gesundes Kind gebären möchte. Alkoholkonsum verursacht eine sogenannte universelle Angiopathie, das heißt einen Gefäßkrampf. Dieser Gefäßkrampf führt schließlich zu einer Beeinträchtigung der Blutzufuhr zur Plazenta selbst. Diese Unterbrechung der Blutzufuhr ist für das Kind im Mutterleib vergleichbar mit einem Herzinfarkt. Das führt zu Nekrosen in der Plazenta. In der Gesellschaft gibt es zwar wesentlich mehr Menschen, die so gelegentlich Alkohol konsumieren als Alkoholiker, aber das Resultat ist das gleiche, ein behindertes Kind. Wenn dann ein behindertes oder krankes Kind da ist, dann fangen die Eltern an, sich zu rechtfertigen. So nach dem Motto, ich habe doch nur selten Alkohol getrunken, und wenn, dann nur leichte Getränke. Ja, diejenigen, die wenig Alkohol konsumieren, haben ein geringeres Risiko als Alkoholiker, aber das Risiko ist immer noch da. In der zwölften Woche ist auf dem Ultraschallbild bereits ein kleiner Mensch zu sehen. Ab dem zweiten Trimester beginnen die Organe zu wachsen und sich zu entwickeln. Gleichzeitig bilden sich die lebenserhaltenden Systeme des Körpers. In den späteren Stadien der Schwangerschaft beginnt das Kind, sich auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten, wobei die Immun- und Stoffwechselprozesse im Vordergrund stehen. Der Hypothalamus, der Teil des Gehirns, der für die Interaktion zwischen dem Nerven und dem Hormonsystem verantwortlich ist, reift heran. Wenn zu diesem Zeitpunkt der Körper des Kindes mit Alkohol geschädigt wird, dann hört der Fötus einfach auf zu wachsen. Er bleibt also klein und entwickelt sich unzureichend für eine normale Geburt. Bereits im Mutterleib wird bei so einem Kind der Stoffwechselprozess gestört. Solche Kinder bleiben oft ein Leben lang kleinwüchsig. Darüber hinaus kann ein Glas Wein oder Bier im späten Schwangerschaftszeitraum eine vorzeitliche Geburt provozieren. Das sind dann die sogenannten frühgeborenen Kinder. Sie kommen oft zwei Wochen vor ihrem Termin zur Welt und wiegen oft unter 2,5 Kilogramm. Leider ist das bei Alkoholkindern so, dass sie komplett unausgereift geboren werden. Bei normalen Kindern, die zu früh geboren wurden, kann das Defizit an Gewicht schnell ausgeglichen werden. Bei Alkoholgeschädigten dagegen nicht. Solche Kinder können ihre Körpertemperatur nicht selber aufrechterhalten. Sie haben einen großen Kopf, einen kurzen Hals, kleine Beinchen. Der Bauchnabel ist zu tief. Der Körper hat eine rötliche Färbung. Die Schädelknochen sind sehr beweglich und können sich sogar überlappen. Es gibt eigentlich drei Varianten zu frühgeborener Kinder. Erstens wegen Stress, zweitens, wenn das Kind im Mutterleib irgendeine Krankheit hatte und die dritte Variante, wenn das Kind gesundheitliche Schäden durch Alkohol davongetragen hatte. Die beiden ersten Varianten sind relativ harmlos und können ausgeglichen werden. Die dritte Variante ist schwerwiegend. Wenn dieses kleine Wesen auf die Welt kommt, dann ist es für das Leben überhaupt nicht vorbereitet. Es ist entweder lebensunfähig oder sehr unterentwickelt. Bei so einem zu früh geborenen Kind ist der Magen zu klein und es mangelt ihm an Verdauungsenzymen. Die Ohrmuscheln sind diffamiert, das Gehör ist beeinträchtigt. Und in der ersten Zeit hat so ein Kind keine Greif-, Saug- oder Schluckreflexe. Alkohol hat zwar in verschiedenen Phasen der Schwangerschaft unterschiedliche Auswirkungen, aber nichtsdestotrotz sind sie immer negativ. Jedes Mal, wenn der Alkohol in den Körper einer schwangeren Frau gelangt, weiten sich zunächst die Blutgefäße und dann verengen sie sich schnell, sowohl bei der Mutter als auch beim Kind. Daraufhin tritt beim Kind ein akuter Sauerstoffmangel ein. Und es spielt keine Rolle, dass die Mutter zu diesem Zeitpunkt absolut frei atmen kann und selber keine Herz- oder Lungenstörungen empfindet. Der Fötus bekommt nicht genügend Sauerstoff. Das wirkt sich umgehend auf absolut alle Organe aus und insbesondere auf das Gehirn. Es werden degenerative Prozesse in Gang gesetzt. Auch wenn Alkohol in geringen Mengen eingenommen wird, dafür aber regelmäßig, dann sammelt er sich im Fruchtwasser an, von wo er nur sehr langsam ausgeleitet wird. Das Fruchtwasser fängt buchstäblich an zu vergammeln. Wenn eine Frau im finalen Schwangerschaftsstadium Alkohol konsumiert, dann ist es für das Kind, welches sich bereits fast vollständig ausgeformt hat, ebenfalls ein Besäufnis, wie für einen erwachsenen Menschen. Jedoch ist für ihn dieselbe Alkoholdosis wesentlich gefährlicher. Es gibt mittlerweile eine medizinische Bezeichnung für Kinder, die während der Schwangerschaft durch Alkohol vergiftet und geschädigt wurden. Die Bezeichnung für diese unheilbaren Schäden lautet Fetales Alkoholsyndrom, abgekürzt FAS. Wodurch zeichnet sich dieses schreckliche Syndrom aus? Die Kinder haben einen kleinen Schädelumfang. Die Hirnmasse ist wesentlich geringer als bei gesunden Kindern. Sie haben eine angeborene Mikrophtalmie. Das heißt, die Augenschlitze sind kleiner als 13 mm, auch wenn das Kind pünktlich geboren wurde. Darüber hinaus kann so ein Kind spezifische Veränderungen seines Äußeren haben. Eine unansehnliche Nasenform, Fehlstellung des Oberkiefers und so weiter. Die Bandbreite der körperlichen Entstellungen ist sehr groß. Es können Anomalien am Skelett auftreten, das Hüftgelenk kann eine gefährliche Fehlstellung haben oder ausgerenkt sein, der Brustkorb kann extrem verkleinert sein und eine trichterförmige Vertiefung aufweisen. Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom haben nicht nur körperliche und gesichtliche Missbildungen, sondern auch kardiovaskuläre und intellektuelle Beeinträchtigungen. Beides zeigt sich möglicherweise nicht sofort, sondern erst, wenn das Kind schulpflichtig wird und keine normale Schule besuchen kann. Die Eltern stellen Verhaltensauffälligkeiten fest und gehen zum Arzt. Es werden alle möglichen Untersuchungen gemacht und dann gibt es die Diagnose. Das Kind wurde mit einem fetalen Alkoholsyndrom geboren. Solche Kinder können keine selbstständigen Entscheidungen treffen. Sie wissen oft nicht, was sie wollen, und oft wollen sie überhaupt nichts. Und sie tun sich in der Regel schwer mit den genauen Wissenschaften, zum Beispiel mit Mathematik. Sie haben kein abstraktes Denkvermögen. Es ist schwer, mit solchen Kindern zurechtzukommen und sie zu erziehen. Die meisten Menschen sind sich der Gefahr durch Alkoholkonsum überhaupt nicht bewusst. Viele sagen sich, ich habe doch nur wenig getrunken, ich bin doch keine Alkoholikerin. Das ist ja genau das Heimtückische beim Alkohol. Selbst in geringen Dosen kann es große und unheilbare Schäden anrichten. Als Folge gibt es großes Leid in der Familie. Das menschliche Erbgut ist so beschaffen, dass von einer Generation zur anderen oft nicht unbedingt das Beste, sondern das Schlechteste weitergegeben wird. Wenn es bei einem Elternteil eine bestimmte Schädigung der Erbgutinformation gibt, dann wird genau diese Schädigung weitergegeben und nicht der gesunde Bereich des anderen Elternteils. Generell hat sich zum heutigen Tag der Anteil an gesunden, neugeborenen Kindern stark verkleinert, selbst bei Eltern, die in guten sozialen Verhältnissen leben. Negative Faktoren wie Stress, Umweltverschmutzung, Gifte in den Nahrungsmitteln spielen eine große Rolle. Wenn zur verschmutzten Luft, schlechter Wasserqualität, Abgasen aus Industrie- und Autoverkehr auch noch zusätzlich die toxische Wirkung des Alkohols dazukommt, dann ist die Geburt eines kranken, behinderten oder lebensunfähigen Kindes garantiert. Die Anzahl solcher Kinder wird immer größer. Unter Laborbedingungen wurden Chromosomen gesunder menschlicher Zellen verschiedenen Chemikalien in schwacher Konzentration, die in Industrieabgasen enthalten sind, ausgesetzt und zusätzlich mit sonnenähnlichem Licht bestrahlt. Diese Substanzen verursachten keine signifikanten Mutationen in den Chromosomen bis zu dem Zeitpunkt, an dem Weinalkohol, also Ethanol, hinzugefügt wurde. Und das Bild änderte sich schlagartig. Die Zahl der Brüche, Verformungen und anderen Schäden an den Chromosomen hatte sich verdoppelt. Alkohol unterdrückt das Gute im Erbgut und vervielfacht das Schlechte. Letztlich kommt es zu einer lawinenartigen Zunahme von Erbkrankheiten, die an die nächste Generation weitergegeben werden. 40% der heutigen Jugendlichen sind in ihren körperlichen, intellektuellen und psychophysiologischen Fähigkeiten schlechter als ihre Altersgenossen in den 1960er Jahren. Und wissen Sie, der Grund für diese signifikante Verschlechterung des physischen, intellektuellen und reproduktiven Potenzials unseres Volkes ist der Konsum von Alkohol, auch in geringen Dosen. Frühgeborene, schwache, behinderte Kinder sind eine Tragödie für eine junge Familie. Der Alkohol ist eine gnadenlose, heimtückische Zeitbombe mit verheerender Wirkung. Wenn wir es nicht schaffen, bei der Bevölkerung und insbesondere bei den jungen Menschen ein Verständnis darüber zu entwickeln, dass Alkohol eine gefährliche Droge und Massenvernichtungswaffe ist, dann werden wir als Volk einfach untergehen. Ich habe regelrecht Angst vor der Zukunft, vor dem, was unserem Land bevorsteht. Wir werden nicht in der Lage sein, unser riesiges Land zu halten. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir von der Erdoberfläche verschwinden. Und jemand anderer wird sich die Ressourcen und das Territorium unseres Landes aneignen. Der Körper einer jungen Frau ist ein wertvolles Gefäß, in dem neues Leben entsteht. Und wenn ich auf der Straße eine Gruppe Jugendlicher sehe, die so ganz unbedacht Alkohol konsumieren, dann gerinnt mir das Blut in den Adern. Ich habe Angst vor dem, was unser Land in 10, 20 oder 30 Jahren erwartet. All diese Gespräche in den Masseninformationsmedien über das Bruttosozialprodukt, über unsere Errungenschaften in der Wissenschaft, über unsere Weltraumprogramme. Das alles ist absolut sinnlos, wenn wir als Volk einfach aussterben. Na los Kinder, sagt unseren Gästen Hallo. Das ist unsere Familie, zwar nicht vollständig, aber die meisten sind hier. Kommen Sie, kommen Sie mit uns ins Haus. Kinder, macht für die Gäste das Tor auf. In einem großen Haus in dem Dorf Alchawadka in der Nähe von Voronisch lebt die Familie von Jelena Jarawa. Sie und ihr Ehemann haben zehn Kinder alkoholtrinkende Eltern adoptiert. Wir haben ein Mädchen, sie ist viereinhalb Jahre alt. Als wir sie im Kinderheim gesehen haben, sie hat mir so leid getan. Mein Ehemann sagte, wir werden sie adoptieren. Wir sind ja nicht umsonst hergekommen. Ich möchte vom ganzen Herzen, dass auch solche Kinder im Leben glücklich werden. Maxim malt Ikonen und glaubt an Gott. Dima lernt, mit Menschen umzugehen und Akkordeon zu spielen. Aber er wird nie eigene Kinder haben. Sergej kennt das Einmaleins. Lena kümmert sich um ihre jüngeren Geschwister und lernt singen. Es gibt immer einen Kampf zwischen Gut und Böse. Und wissen Sie, das Gute siegt immer. Aber die ruinierte Gesundheit bleibt. In den 80er Jahren gab es in unserem Land drei populäre Plakate. Eines zeigte eine Frau, welche die Gesundheit ihres Kindes gegen Alkohol eingetauscht hat. Das zweite zeigte einen jungen Mann, der Nein zum Alkohol sagt. Und das dritte zeigte ein fröhliches, gesundes Kind mit einer Hebamme und der Aufschrift, werde groß und stark. Untertitelung im Auftrag des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020